Grüß Gott. Grüß Gott. Ich hab hier ein Rezept. Der Arzt meinte, man müsse jetzt irgendwie zu härteren Maßnahmen greifen. Mhm. Wenn Sie so lieb wäre, noch mal den Hut runternehmen. So. Das hätten wir wieder. Zweimal täglich. Dann würde ich vorschlagen, kommen Sie einfach um 17 Uhr wieder. Gell? Wiederschauen.